Nein, das ist der Blick einer Frau, die weiß, dass du ständig vor Rubys Klassenzimmer rumhängst. Und du hast doch damit angegeben. Ihr hättet ihn mal hören sollen. Frauen sind zu gefühlsbetont, Männer sind viel härter. Er hat sogar aus dem Playboy zitiert. Okay, ich hab mich von meinen Gefühlen mitreißen lassen, ich konnte unmöglich gehen. Ich war einfach weibisch, alles klar und jetzt Schluss damit. Eins musst du mir noch verraten. Wieso hat Mrs. Carter dir das einfach gestattet? Mrs. Carter war die Lehrerin in meiner alten Schule. Mrs. Gavulo ist jetzt meine Lehrerin. Ach ja. Es gibt da noch was, das du vielleicht nicht so witzig findest wie ich.